Hallo liebe Instagram-Fans, wir haben euch die Tage schon versprochen via Facebook, dass wir euch demnächst ein Video hochladen werden mit einem Must-Have-Produkt von mir. Wer mich nicht kennt, ich bin die Claudia aus der Parfümerie Miller, bin dort der Profi für Hautfragen, Pflege und für die Kosmetikbehandlungen zuständig. Und wir alle haben natürlich Lieblingsprodukte aus unserem Geschäft und mein Lieblingsprodukt kommt von Antipods. Und weil das eben gerade so gut passt, war es uns besonders wichtig, dass ich euch das einmal erkläre, warum und wieso und warum es jetzt gerade so passend ist. Also, ich empfehle euch aus tiefstem Herzen von Antipods das Nirvana Hand & Body Wash. Das Schöne ist, es ist ein 2-in-1-Produkt, wie es der Name schon sagt, Hand & Body Wash. Ihr könnt es für die Hände und den Körper verwenden. Wir haben hier eine bio-organisch-pflanzliche Reinigung, die super schonend und pflegend zugleich ist. Sie wirkt regenerierend und der eine oder andere von euch hat vielleicht schon gemerkt, durch das viele Händewaschen wird die Haut auch sehr, sehr trocken. Das heißt, nicht nur das Waschen der Hände ist wichtig, sondern auch natürlich das Eingremen danach. Was das Schöne am Antipods Hand & Body Wash Nirvana ist, ist, dass es eben die Hände nicht so sehr austrocknet. Es hat einen leicht pielenden Extrakt drin durch Hibiskus und es hat einen pflanzlichen Wirkstoff drin, der sich Harakike nennt. Der wirkt sogar antibakteriell. Also das ist ja perfekt. Und ja, für alle, die gerne dieses Produkt testen möchten, es noch nicht kennen oder nicht zu Hause haben, es aber jetzt nutzen möchten, weil sie merken, ich merke wirklich, die Seife, die ich daheim habe, ist nicht so das Ideale. Ich merke, es tut meiner Haut nicht mehr gut. Ihr könnt natürlich uns weiterhin telefonisch erreichen. Von 10 bis 17 Uhr sind wir für euch persönlich am Telefon erreichbar. Ihr könnt uns über den Webshop erreichen und eure Bestellungen aufgeben per Mail, per Facebook, per Instagram. Und möchten uns auch herzlich für eure Treue bedanken. Die ist jetzt wichtiger denn je. Es ist eine schwierige Zeit für alle lokale Unternehmen. Und wir freuen uns riesig, wenn wir euch nach dieser schwierigen Zeit alle persönlich wieder im Geschäft, in der Kabine begrüßen dürfen, verwöhnen dürfen, beraten dürfen, bedurften und pflegen dürfen. Und bis dahin bleibt gesund, bleibt zu Hause. Auf diesem Wege schicken wir auch ein großes Dankeschön an alle, die immer noch die Stellung halten müssen. Das heißt, alle Krankenschwestern, alle Pflegekräfte, alle Ärzte, alle Menschen, die mit dem Bereich Lebensmittel zu tun haben, sei es im Verkauf, im Vertrieb, alle Reinigungskräfte, alle Polizisten, Feuerwehrler, eben einfach alles. Diese Berufe, die jetzt noch in den Firmen tätig sind, unterwegs sind, um anderen Menschen zu helfen und für uns da zu sein. In diesem Sinne, bleibt uns treu. Wir hoffen, euch ganz, ganz bald wiederzusehen. Und bleibt gesund. Bis bald.